so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal satschen bauer am start ja freunde ihr wisst bescheid es geht wieder los es geht weiter und zwar lego star wars 2 meine damen und herren episode 6 kapitel 2 also episode 6 rückte der jede redner kapitel 2 die große grube von kakuhn wir müssen ja noch sammeln für die 100 prozent da war doch was ja freunde und zwar uns werden zwei goldene steine uns fehlen sechs mini kids uns fällt das freie spiel auf war jede und uns fehlt der rote power stein ja und vorneweg natürlich gleich wieder infos wenn euch das video gefällt dann auf jeden fall den daumen nach oben da lassen am besten jetzt schon bevor noch das video vorbei ist ich weiß nicht wie lang es geht ja freunde und dann wenn ihr einem live stream dabei sein nein ich habe was vergessen nicht gleich auf dem live stream kommt sondern wenn ihr mich mit einem kostenlosen abo unterstützen würde einfach den abo knopf drücken schon seid ihr in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingt wie sie ganz genau station power ist am start station power hat ein video hochgeladen station power ist lost in einem game ja und jetzt kommt das andere genau und wenn ihr in einem live stream dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder dem link unter dem video folgen und wenn jemand ein trinkgeld geben möchte etwas spenden möchte da einfach auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch in diesem fall den link unter dem video folgen meine damen und herren so und da das ganze jetzt geklärt ist würde ich sagen gehen wir rein in die große grube von karkoom ist übrigens video nummer 35 meine freunde freies spiel wir nehmen das wieder mit und der rest ist uns egal so das überspringen wir gleich wieder das brauchen wir nicht so dann sind wir hier und wo waschloch gehen wir auf den sack ja gut wenn wir sterben das macht eigentlich nichts aus jedoch wäre es geziemter erst zu sterben wenn wir waren jedi erreicht haben so dumm batz so schön ok hier können wir nichts machen wir können das rausholen aufbauen gucken ist noch was drin nein wir kommen nicht rein wir kommen hier hoch so sind hier oben und da oben gibt es nichts mehr meine damen und herren wir gehen wieder über zu schießen wir wollen ja hier mitnehmen sehr schön dort nehmen wir auch mit das zerschießen wir und bauen es zusammen 1 und 4 das zerschießen wir auch ok wir bauen es direkt zusammen so nehmen wir die münzen mit ist klar die münzen nehmen wir auch mit gut wir sammeln alles ein ok hier können wir nichts mehr machen so und jetzt beginnen sie zu schießen aber das ist mir jetzt relativ egal so gut ups so 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 anche haar her hat mich getroffen er hat mich doch tatsächlich getroffen da geht es ab freunde da geht es ab und wir sind rund umgefallen halb so wild halb so wild wir wollen ja erstmal hier einsammeln so das war dann dieses jenes wir schieben das dahin dass wir bauen können so schön wird ich weiß nicht war da oben irgendwas ihr kommt da nicht hoch ich weiß nicht was ist da jetzt auf einmal los ich hänge hier aber irgendwie fest so man nichts so machen wir jetzt das ja genau wir holen uns ein eine neue kiste so schnell rüber schieben und dann davor schieben und dann verstecken wir uns dahinter okay normalerweise würde da jetzt glaube ich ein mini kit kommen aber es kommt keins weil wir das hier ja schon haben gut gut und dann gehen wir hier rüber und dann haben wir hier ein paar gegner und dann sollten wir auf jeden fall schießen mit mir da hinten hier wird gesammelt blödes vieh genau 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 ja freunde so geht das wir sind zwar schon gestorben aber das macht nichts aus denn das level auf waren jedi kommt ja noch auf waren jedi auf unbesiegt es kommt ja dann noch wir wollen ja erstmal hier schön gemütlich einsammeln genau hau ihm eine rein weil er hier einfach nur im weg um steht wie falsch geld wunderbar wunderbar genau wir bauen das her auf und wir bauen das auf dann gehen wir nicht gleich erstmal nach rechts rüber das ist doch schön mit der doppelte punkte zone da ist wieder vorbei die doppelte punkte zone jetzt sind wir auf der andere seite des schiffes so gehen wir hier hoch weißt du was hier wieder ist könnte vermutlich auch der power stein sein nichts ok nein power stein nicht aber ein mini kit haben wir hier das ist doch schön so was haben wir jetzt hier gemacht gut ok wir machen das hier mal auf genau genau da ist auch noch einer da kann man der penner ja ok wir haben hier das wird dann von hinten quasi von anderen seite rum kommen ok hier kommen wir nicht durch das heißt sie kommen dann hahaha ok damit machen wir da die türen auf hier hört es ja nicht aber ich höre es wie das viech rübst aha und wen brauchen wir da da hier jetzt ohne das was auf leuchtet sehen wir schon wir brauchen drei po ok so okay das wäre dann das aber wir gehen hier noch nicht rüber ja genau spür mich ein du schwanz ich will doch nur hier die dinge hier weg machen aha hier wollen wir dann auch noch mal ein r2 gut so wir könnten jetzt hier weiter gehen aber das machen wir nichts vor allem weil wir jetzt wahre jedi sind so jetzt kommen wir hier nicht durch da ist nämlich noch was wo ich denn hier auch bei jetzt kommen wir durch schön gut so jetzt können wir hier weiter gehen aber wir wollen noch die andere seite des schiffes erkunden nicht dass wir irgendwas vergessen haben meine damen und herren wir wollen ja alles mitnehmen alles was es gibt doppelten punkte zu näher genau jetzt springen wir hier rüber und springen erst mal ins leere ja jawoll und so der hat einen abflug gemacht genau so und hat gleich nochmal einen abflug gemacht so die haben wir jetzt alle erlegt okay 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 so dann wollte ich noch auf eine nachricht dann was ihr ja noch nicht wissen könnt ihr könnt und bis ihr das video zu gesicht bekommt ist das alles schon passiert dann ist nämlich die xbox series x verkauft und wir spielen auf der s weiter das lang ja vollkommen also die s lang vollkommen es wird kein grafikunterschied und nichts geben die zwei konsolen unterscheiden sich ja an nichts weiteren als größe und form und am laufwerk vielleicht ein bisschen an der leistung aber ansonsten ist ganz okay so hier haben wir einen hebel genau dass wir hier rüber kommen so ja ihr hört es leider nicht wie da gegrunzt wird so und so gut dann haben wir so okay das haben wir schon und sammeln hier ein genauso einfach ist das meine freunde dann haben wir das ja auch haben wir die seite des schiffes auch abgegrast darüber geht es dann auch mal ab er hat mich doch tatsächlich getroffen das ist das dass der immer im weg umsteht so die nehmen wir natürlich auch noch mit ihr so genau herr mit den münzen so jetzt gehen wir hoch schweine backen schweine backen so so ok was ist denn mit dem da unten also das war jetzt ein bisschen verschickt bis man das hatte aber wir haben es dann scheiße aufmachen und denn hier aufmachen so gut gut dann kommt mich der so da muss der hier gelb sein und der unteren muss blau sein so dann haben wir die türe auf meine damen und herren und wie es weiter geht erfahrt ihr jetzt habt ihr gedacht ich mache jetzt werbung oder so wir sind hier drin hier geht es sich zu schießen so müssen gucken wo hier was ist dankeschön 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 danke für die stats so wir bauen den hier auf genau wunderbar und wir bauen den hier auf wunderbar so ok man kann sie nicht mehr kaputt machen wir nehmen dann hier und dann schießen wir hier auf so dürften alle gewesen sein da war noch einer versteckt er sich dahinten der schwanz hat sich allen ernstes dahinten versteckt der drecksack so jetzt sind wir hier jetzt bauen wir das da auf so aber soweit sind wir noch nicht dass wir hier was machen so denn jetzt gehen wir erstmal hier rein so genau so jawoll numero 8 so gut gut guck mal hier wieder raus so dann haben wir jetzt dann hier sehr schön ok ok das geht dann nicht mehr kaputt schade eigentlich so wir bauen den generator ist klar zack und dann können wir nach oben und uns fehlen noch zwei mini kids und der rote stein fehlt uns auch noch meine damen und herren müssen wir hinkriegen so ihr wisst bescheid wir gehen schießend nach oben es wird geschossen ich hoffe dass ich da unten jetzt nichts verpasst habe so ok ja du bist mir egal junge so frage ist was bekommen wir hier außer münzen so und hopp weiter oben ist nichts ok wupp oh der hat gar nichts gelassen ok schön und schön wir haben die 100.000 überschritten sehe ich gerade freunde wird so nichts nur münzen ich bin nur für münzen hier reingegangen sonst nichts sonst nichts ok ich bin nur für münzen hier hinten reingegangen schade so nun sind wir hier ok ok ich bin nur für münzen bin ich hier reingegangen schade eigentlich so und was war das sonst es wird immer noch der power stein und immer noch zwei minikids die leider im moment nirgends waren so dann haben wir auch noch mit so dann haben wir jetzt hier so gut wie alles wir haben hier noch nicht geguckt und da noch nicht geguckt ok so dann machen wir jetzt dunklen lot der setz so dann können wir hier hoch können wir das hier bauen so dann können wir den hin hängen was uns aber auch nichts bringt so müssen wir die hier hoch sagen wir das hier mal ein na ups falsche richtung junge falsche richtung diese richtung so da geht es nirgends hin ok wenn dann haben wir schon mit oder so tschüss gut jetzt gucken wir mal wir müssen jetzt wieder das Ding hier starten genau das hier aufgeht das wir hier raus können wo kommen denn die her sag mal so wir flexen hier noch die gitter weg denn wir sind jung wir brauchen das geld was ist da los das haben wir noch ein gitter so ok 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 dann geht das hier nicht ein gitter geht dann nicht weg ok ein verstanden dann halt nicht aber der rest geht weg ok ist das jetzt nummer 9 oder noch nicht nein ist es nicht ok 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 dann bekommen wir hier nichts wir gehen trotzdem schießend nach oben so machen wir denn hier denn uns fehlen noch ganze zwei minikids so hier kommen wir nach oben das ist schon mal schön so hier schwebt man rüber hageln wir uns hier hoch und haben hier ein minikit 1 fehlt uns noch und uns fehlt noch der powerstein meine Damen und Herren so ist die frage hier oi 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 ja so werden wir ja auch hoch gekommen Arschloch ok auf jeden Fall müssen wir jetzt hier alles nachschauen so ok ok hier haben wir das so das wollen wir noch nicht so weit sind wir noch nicht ok wollen wir so machen ok da kommt nichts raus da kommt nichts raus kommt nichts raus so gut da war gekonnt so gut hier hinten haben wir abgegrast hier hinten haben wir abgegrast nein noch nicht ganz das nehmen wir mit so dann haben wir hier jetzt abgegrast schön säuberlich sauber hier gibt es nichts mehr zu holen vielleicht noch da unten drin nein so gut so wir gehen jetzt mal da hoch und schweben mal da rüber genau nehmen wir den da mit sehr schön sehr schön gut 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 so ja nehmen wir auch mit da kommt nichts raus kommt nichts raus kommt nichts raus kommt nichts raus auch nichts raus auch nichts raus ok kommt auch nichts raus tut mir leid dass ich dich gerade gekillt hab du Lappen aber du standst den Weg so jetzt guck mal hier durch ok hier kommen wir hier raus wunderbar so aber uns zählt immer noch der Power Stein und ein Minikit ja ein Minikit und ein Power Stein fehlen uns noch gut gut dann können wir hier gleich mal zusammenbauen so nehmen wir den Münzen mit ja mit dem blauen das hier sieht so aus wie da unten einer wäre ja komm ich nirgends hin so also ich das sieht ein bisschen suspekt da unten aus na ich lass das jetzt mal ich hau nur den Rechten weg und dann gucken wir mal ob wir da runter kommen es sei denn lass mal gucken ob ich vielleicht da durchkomme nein so nicht so so und nein nein komm ich nicht hin nein nein ich will den noch nicht schieben oder vielleicht ich weiß es nicht wenn der hier weg ist oder wenn der hier weg ist irgendwie wird man doch da runter kommen einer von beiden muss doch weg und ich schütze bald der hier muss weg so einer von den beiden muss weg oder kam ich hier durch da kann man nicht durch ne aber ich glaube das da unten ist ein Minikit das hier unten ein Minikit ist so das bauen wir natürlich auf so nehmen wir Darth Vader und da würden wir den Hund da oben ist der Power Stein rund gut wenn wir jetzt hier hoch so und so das ist der Power Stein so ist oh ich sehe das Minikit ich sehe das Minikit dann war es doch nicht da unten dann kann man jetzt hier gemütlich hier weitermachen so kann man hier gemütlich alles jetzt kaputt machen und die Münzen einsammeln und dann können wir uns das Minikit holen ich dachte das Minikit wäre da unten und dann waren das doch nur Lichter so gehen wir weg da gut und gut und gut und gut so und dann gehen wir hier rein das Minikit und das Minikit und haben damit quasi das Spiel auf 100% meine Damen und Herren genau der gehört ja auch noch dazu so nochmal gleich so so das finde ich doof dass wir hier beide brauchen aber wir kriegen das hin ihr seht es ja so 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 das ist schnell eingesammelt da ist noch einer so wir laden auf ich weiß nicht was sie davor haben wird die stats da unten die sind mir egal ok das war es da ist unser kopf jäger raketen aha freigeschaltet das war der rolle power stein so war jede service geglimmt das war mein kaffee wir kriegen natürlich noch ein paar stats dazu so wir haben die mini kids fertig wunderbar und wunderbar 67 von 99 meine damen 67 von 99 gut dann haben wir das level jetzt auch zu 100 prozent so die große grube von kakun haben wir zu 100 prozent dann können wir jetzt dann gleich noch wieder reingehen was heißt gleich an einem anderen tag gehen oder um das level noch als wahre jedi zu machen und das kriegen wir natürlich auch hier meine damen machen wir auf jeden fall kriegen wir hin passt oder ja gut würde ich mal so sagen meine freunde lassen wir das einfach mal so stehen dann sehen wir sie mich jetzt gleich wieder wenn ich es mache auf wahre jedi und wahre jedi als unbesägt und dann muss ich das ja noch hinten ran schneiden also bis gleich freunde so meine freunde gehen wir gleich wieder rein hier große gruppe von kakun versuchen nur zwei einmal ein falschen angewählt gehabt und dann ging es in die huse weil der sturmtrupple ja nicht ausweichen kann so scheiße egal unser herzchen haben wir wieder wir müssen schießen können so 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 wir brauchen die jahr wir brauchen das alles hier ich höre irgendwelche schweinchen so 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 das ist ein dreckslevel, das sage ich euch genau da unten bin ich mich verreckt gewesen ich weiß nicht, kann man es riskieren rüber zu fliegen jo, man kann es riskieren so was ist noch welche ich glaube das war es gelb und unten blau so, wir brauchen nur eine Kanone Drecksau hat mich doch tatsächlich getroffen was wir brauchen sind Herzen jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Herz da kommt natürlich keines raus kann man die kaput machen, nein die kann ich gar nicht kaput machen, schade ok, hier ist keiner, gut ja das müssen wir machen, das ist langwierig wir müssen die Disco stoppen dachte gerade, warum geht das Loch da unten auf dem Boden nicht auf gut gut jetzt kommt das nervige hier so noch ein dip okay dann kommt das noch geht au tie und du es ist gut ich habe ton hier nicht ich muss mich auf den ton achten so ich muss immer auf den ton achten ob sich irgendwelche abseilen so wie jetzt ich hab's gehört die waren ziemlich nah der eine wix hatten ja noch getroffen ich hab's gehört Okay. Okay, bis hierhin ging es schon mal gut. So. Ha 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 ha. Okay. 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 Hört. Boah, Alter. Jo, geschafft. Stark. 20G. Grube von Gargun unbesiegt. Wie wir sehen. Schön. Hat doch gut geklappt. 11 Minuten haben wir gebraucht. Aber es passt. Uh, bin froh, dass das geklappt hat. Jetzt kriege ich keine Antwort mehr. Na gut, okay. Ja. Schön. Grube von Gargun unbesiegt. Jetzt bleiben uns noch drei Level übrig. Drei Level. Und eins ist ein richtiges Abfall Level und zwar das letzte. Das weiß ich jetzt schon. Ja, meine Freunde. So. Haben wir heute geschafft. Ja. Ich hoffe euch hat es gefallen, mich auf der Reise zu begleiten bis jetzt. Ja, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen und schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingt, dann wisst ihr ganz genau. Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power is lost in einem Game. Ja, meine Freunde. Und wenn ihr in einem Livestream dabei sein wollt, dann einfach auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung folgen. Ja, und wenn jemand was spenden möchte, dann einfach auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch in diesem Fall den Link in der Videobeschreibung folgen, meine Damen und Herren. Ja. Und was bleibt noch zu sagen? Wie immer, ihr kennt es ja schon. Lasst euch nicht ärgern, nicht von dem Wandsmeißen. Wenn ihr schlafen geht, lasst auf jeden Fall die Hände über der Bette gespielt. Und nicht an euch selbst rum, lasst eurem Partner oder andere machen. Alles andere ist ekelhaft. Ja, meine Freundin. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Ich bin für heute raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.